Und dann heiße ich euch willkommen in ihrem und in seinem Namen, in Gottes Namen, den wir und die wir hier feiern, Gott Vater und Mutter und Heiliger Geist, der weht, wo er will, dieser Heilige Geist und kommt an, nehmt Platz, schnauft durch, seid willkommen in Gottes Namen. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, wir danken dir, dass du uns hier in Sicherheit und Freude zusammengerufen hast. Wir danken dir für diese Gemeinschaft und für die Freiheit, in der wir leben dürfen. Nun nimm uns und schicke uns hinaus in die Welt, damit wir das, was du uns gegeben hast, auch segnend weitergeben dürfen, dass wir es anderen, die deinen Segen und deine Liebe brauchen, geben können. Lass uns ein Segen sein für die Welt und für die kommenden Generationen. Gib uns den Mut aufzustehen, wo andere Menschen verfolgt und ausgegrenzt und klein gemacht werden. Gib uns deinen Schutz, wenn wir gehen und uns einsetzen für das, was du uns durch deinen Sohn Jesus gelehrt hast, dass wir alle deine geliebten Kinder sind. Amen. Heute findet eine Lesung statt aus 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das haben wir gerade gehört aus dem ersten Buch Mose, wenn Gott zum Urvater Abraham sagt, du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet sein viele. Es wird um Segen gehen heute in dieser Predigt, liebe Gemeinde. Gott segne dich mit Regenbogenfärben, die dich die Schönheit der Welt sehen lassen. Mit Glitter und Glitzer, die dich lachen und jauchzen lassen vor Freude. Gott segne dich mit Musik, die deine Seele leicht macht und berührt und dich erfreut. Mit liebevollen, starken Berührungen auf deiner Haut. Gott segne dich mit Schutz, mit Geduld, mit der Situation, in der du bist und mit dir selbst. Und auch mit Widerstandskraft und Widerborst gegen alles, was dich belastet. Gott segne dich mit Liebe, erfahren und gegeben. Gott segne dich mit richtigen Entscheidungen. Gott segne dich nun in der Nacht auf einen hellen Morgen hin, mit erholsamem Schlaf, behütet und beschützt. Amen. Ein Freund von mir ist im Moment gerade in einer ziemlich schwierigen Situation. Es könnten übrigens mehrere Freunde sein, die in mehreren schwierigen Situationen sein könnten. Persönlich, medizinisch, familiär, beruflich, in der Partnerschaft. Es könnte, also eigentlich müsste ich gesagt haben, ein paar Freundinnen und Freunde von mir sind in ein paar schwierigen Situationen. Ich sage das einfach, dass ihr jetzt nicht überlegt, von wem schwätzt er jetzt gerade. Also es gibt schon einen real existierenden Freund, der in einer real existierenden schwierigen Situation ist, aber der ist eigentlich nur hypothetisch im Moment. Also er sitzt jedenfalls nicht hier und könnte auch eine Sie sein. Also bloß damit er jetzt nicht guckt, wen meint er jetzt? Also ich meine euch alle. Irgendwann, irgendwie. Aber dieser real existierende Freund, der existiert eben real und ich habe dem jetzt vor ein paar Tagen eben einen solchen Segen geschickt. Nicht wortwörtlich den Segen, sondern einen, der beinahe gleich war. Ich habe dem, deswegen habe ich mein Handy dabei, ich habe ihn per WhatsApp geschickt. Also WhatsApp ist diese, ist dieses Programm hier, wo ich auf diesen grünen Knopf drücke und dann passiert was. Ja, genau. Und dann kommen die Nachrichten. Also ihr kennt WhatsApp, oder? Muss ich nicht erklären. Gut. Ich habe ihm diesen Segen auf WhatsApp geschickt. Und das Geschickte an dieser Telefon-App ist, dass ich immer dann schreiben kann, wenn ich es gerade will. Und er kann es lesen, wenn er gerade will. Also ist Geschickter als Telefon, weil Telefon, im Moment können wir uns Telefon gegangen, weil im Moment predige ich. Aber WhatsApp kann ich halt tippen, wann ich will. Und, das kommt dazu, ich sehe dann an einem kleinen blauen Häkchen, oder an zwei kleinen blauen Häkchen, dass er diesen Segen gelesen hat. Echt praktisch, dieses WhatsApp. Hier beginnt jetzt mein Problem. Mein Nachdenken, das mich zu dieser Predigt heute geführt hat. Und ich kann es euch gleich sagen, es wird eine Lehrpredigt werden, also eine Erklärungspredigt, die dann aber hoffentlich auf unser Leben hinauslaufen wird. Darauf hinaus, wie wir unser Leben leben können, wie Gott, so glaube ich es, will, dass wir unser Leben gestalten. Das Problem, das mein Nachdenken ausgelöst hat, ist, laut WhatsApp hat er meinen Segen noch nicht gelesen, der Lump. Also, da denke ich über seine Situation nach. Also, ich habe tiefe, fromme, pastorale, gute, hingewandte, segnende Segensgedanken. Ich finde schön formulierte Worte und baue daraus, nein, ich drechsle daraus, kraftgebende, unterstützende, ermutigende, hilfreiche Segenssätze. Ich tippe sie mit meinen dicken Fingern in dieses vermaledeite kleine Gerät. Ich kämpfe mit dieser Korrektur, die ständig andere Worte aus meinen Worten macht. Und er liest den Segen nicht. Also, obwohl er ihn gestern gebraucht hätte. Well. Es hat mich jetzt dazu gebracht, einmal nachzudenken, was wir da eigentlich tun, wenn wir segnen, wenn wir Segen sagen. Also, ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. In dir sollen, in euch sollen gesegnet sein, alle. Ihr sollen, wir sollen, alle sollen segnen. Was machen wir denn, wenn wir segnen? Also, ihr kennt es ja, am Ende des Gottesdienstes steht da eine oder einer da vorne, in der Mitte, bereitet die Arme aus und sagt, in heiligdonnender oder liebevoll hingewandter pastoraler Stimme, je nach Persönlichkeit dessen, der da gerade vorne steht, aber machen wir es mal in heiligdonnender Schriftstimme. Der Herr gebe euch seinen Frieden. Amen. Man kann das ganz toll singen. Und in meinem Manuskript, wenn ihr es sehen könntet, steht es in großen, dicken, gesperrten Buchstaben. Aber, liebe Gemeinde, geht es denn darum, geht es denn genau darum, heilige Worte im richtigen, heiligen Ton, an der richtigen, heiligen Stelle, am richtigen, heiligen Ort zu sagen? Also, machtvoll dort vorne zu stehen, um vom Altar her Segen zu sagen. Also, diejenigen, die mich jetzt schon eine Weile kennen und ihr kennt mich alle, ihr wisst, wenn ihr so eine Frage stellt, dann ist die Antwort darauf ein ganz klares Nein. Also, auf gar keinen Fall. Aber, wenn es nicht das ist, was ist es dann? Und was hat das dann mit euch, also vor allem mit denen, die wahrscheinlich nächstes Samstag nicht den Leitungskurs machen werden und nie und nimmer da vorne stehen, stehen wollen, um hier diesen Segen zu deklamieren? Was hat das darüber, was hat das alles jetzt also mit euch zu tun? Und zwar jetzt vielleicht morgen, übermorgen, am Mittwoch oder vorgestern? Um darüber nachzudenken, muss ich mit euch jetzt einen Schritt zurückgehen und dann dahin kommen, wo es wichtig ist. Ein Schritt zurück. Es gibt, liebe Gemeinde, verschiedene Arten im Gottesdienst zu sprechen und zu reden. Und jede davon hat ihren Platz. Eine davon ist Segen. Es gibt insgesamt mindestens vier von diesen Arten zu reden. Ich habe es jetzt mal auf vier runtergedampft. Es gibt noch andere Vorlesen von Bibelstelle zum Beispiel. Aber es gibt vier wichtige. Da sind zum Anfang mal die Ansagen und die Regieanweisungen. Da ist zum zweiten die Predigt. Da ist zum dritten das Gebet. Und am Schluss, als viertes, kommt dann tatsächlich das Segnen. Ich will mir das anschauen, ganz kurz. Die Ansagen, beziehungsweise die Regieanweisungen. Das ist alles von der Begrüßung. Schön, dass ihr da seid. Es ist kalt draußen, fahrt vorsichtig. Und genau bis zu den Abkündigungen. Also nächste Woche ist um 16 Uhr hier Leitungskurs. Und ihr müsst nicht leiden. Also ihr habt es gerade, ihr habt es schon gehört. Ich muss es jetzt nicht noch mal erzählen. Oder im Gottesdienst, bitte steht auf, wenn ihr es könnt. Oder bleibt sitzen. Oder macht einen Kreis. Oder was auch immer wir da sagen. Das sind die Regieanweisungen. Die Predigt. Das ist da, wo jemand hier steht und erklärt, auslegt. Der euch ruft, der euch ermahnt, der euch aufbaut, der verkündet, der was erzählt, der, wenn es gut ist und wir Theologen unter uns sind, mal wieder ein langweiliger theologischer Vortrag hält. Und damit es der Petra auch gut tut, mal wieder hebräische Grammatik einbaut. Also, ihr wisst es. Und dann kommt das Gebet. Das Gebet ist das Reden mit Gott. Allein oder als Gruppe. Und ich will mir diese drei jetzt noch mal kurz genauer anschauen. Und zwar im Hinblick darauf, wer eigentlich bei diesem Reden zuhört. Also, wenn einer redet und keiner da ist, der es hört, redet der dann? Also, philosophisch. Baum im Wald, Umfeld und keiner hört es und so. Wer hört? Und wie hört wer, wenn er dann da zuhört? Die Ansagen, die Abkündigungen, die Regieanweisungen, die müssen gehört werden, um Sinn zu ergeben. Also, eine Abkündigung zu machen in der Kirche, bevor die Leute da sind, ergibt keinen Sinn. Also, wenn ich mich um fünf hier herstelle und die Abkündigungen machen, ihr seid noch nicht da, ergibt nicht viel Sinn. Ihr müsst sie schon hören. Und ich muss sie auch sagen, auf eine Art und Weise, dass ihr sie versteht. Bringt nichts, wenn ich die Abkündigung auf Englisch erzähle, wenn ihr kein Englisch kennt. Das ist wichtig. Und wichtig ist praktisch, um im Handy zu bleiben, ist, dass ich einen kleinen blauen Haken in WhatsApp habe, damit ich weiß, Sie haben es gelesen, gehört. Samstagabend, 18.30 Uhr, Gottesdienst, 16 Uhr, Leitungsgruß. Blauer Haken, mitgekriegt. Information übermittelt. Die Predigt. Bei der Predigt ist es schön, wenn sie gehört wird und verstanden. Aber nicht unbedingt notwendig. Tut mir leid. Also, tut mir für mich leid, weil, macht mir ja Mühe mit einer Predigt. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, es muss nicht unbedingt die Predigt gehört werden oder gar verstanden werden. Denn, das kann durchaus sein, dass ich etwas predige und ihr etwas ganz anderes hört. Dass der Heilige Geist in euch irgendetwas hervorbringt, etwas tut, was mit meiner Predigt gar nichts zum Dorf hat. Also, ich erinnere mich an eine Situation ganz früh in meiner Ausbildung, als ich noch ein junger Spund war in Kupferzel, da habe ich predigt, dann kam eine alte Dame auf mich zu und sagt, so schön haben Sie der Herr Jesus verkündigt. Und ich mache ja jetzt viel, aber der Herr Jesus verkündige, das tue ich glaube nicht. Aber, das war das, was ich gehört habe. Das war das, was der Heilige Geist ihr gegeben hat. Was ihr gut tat in diesem Moment. Oder, es kann auch sein, dass jemand hängen bleibt an einem Satz und dann mit den eigenen Gedanken ganz woanders ist. Petra, ich erzähle jetzt einfach von dir. Ich habe kürzlich tatsächlich über hebräische Grammatik geredet. Und Petra ist an dieser hebräischen Grammatik hängen geblieben und hat einfach darüber nachgedacht. Und das ist genau richtig, weil in deinem Kopf passierte eine Predigt, die du hören musstest, die aber ich nicht sagen konnte, weil ich wirklich nichts weiß über hebräische Grammatik. Der Heilige Geist hat gewirkt. In euren Herzen, in euren Gedanken. Und das ist gut so. Manchmal passiert das und das ist auch okay. Da habe ich also einen blauen Haken in WhatsApp. Also, ihr habt meine Nachricht gesehen, aber weil sie potenziell lang und langweilig ist, habt ihr sie nicht gelesen. Der blaue Haken sagt mir nämlich nur, dass ihr diese Nacht gesehen habt. Da ist er sie gelesen, verstanden habt und jetzt dann auch am nächsten Samstag um 16 Uhr kommt zum Leitungskurs. Das sagt mir der blaue Haken nicht. Ihr sagt nur, dass ihr kurz da wart. Beim Gebet ist es nochmal anders. Und jetzt wird es eigentlich spannend. Das Gebet wirkt nun in beide Richtungen. Beim Gebet hören zwei. Das Gebet ist zuallererst mal reden mit Gott. Und deswegen sollte Gebet auch kurz und knackig sein. Es reicht nämlich eigentlich meistens, Gott einen Namen zu sagen. Wir müssen nicht die gesamte Biografie aufzählen. Wir müssen auch nicht genau beschreiben. Also wir müssen keine Adresse oder Telefonnummer geben. Wir müssen auch nicht ins Detail gehen. Es reicht eigentlich, wir beten für Peter, Paul und Mary. Und Gott weiß dann schon, wer es gemeint ist und wer gemeint ist. Gebet ist weder Predigt noch Abkündigungen. Gebet ist also nicht, wir beten für Peter, der im Krankenhaus ist. Und jetzt kommt eine längliche Diagnose. Und die Bitte, dass die Ärzte diese oder jene Therapie anfangen sollen. Weil die hat nämlich bei meiner Großtante Hortensie auch so gut funktioniert. Klammer zu. Gebet ist auch nicht, wir beten für Paul, damit er nächstes Mal rechtzeitig im Gottesdienst ist, weil er doch helfen sollte, die Stühle aufzustellen. Gebet ist auch nicht, wir beten für Mary, dass ihr Kuchen fürs Kaffee trinken nächstes Mal besser wird, weil der letzte war absolut ungenießbar. All das ist Gebet nicht. Es ist auch nicht, wir beten für diese oder jegliche Situation in der Welt und jetzt folgt vom Gottesdienstleitenden eine Kurzpredigt, die all das nochmal erzählt, was der Pfarrer vorher in seiner Predigt sträflicherweise nicht erwähnt hat. Ich denke wieder nur über potenzielle hypothetische Gottesdienstleiter nach, nicht über real existierende Anwesende. Gebet funktioniert anders. Gebet ist, kurz zu sich selber reden. Kurz sich selber klar machen, um was es geht. Und es dann auszusprechen. Und zwar, und das ist jetzt besonders für das Gebet hier im Gottesdienst, gemeinsam. Wir beten gemeinsam. Wir beten als Gemeinschaft. Und das ist wichtig. Nicht deswegen, weil Gott unsere Gebete dann besser hört, wenn es mehr Leute sagen. Das funktioniert nämlich so nicht. Also diese ganze, lasst uns miteinander be, also Gott ist nicht schwerhörig. Und wir müssen auch nicht brüllen. Was wäre das denn für ein Gott, liebe Gemeinde, der zählt, wie viel jetzt mitbeten. Und der dann sagt, also, wenn es drei Mekwäser wäre, dann hätte ich das Gebet erfüllt. Aber, also, so, nee. Wenn er sich mal durchdenkt, man merkt, wie bekloppt das ist. Also, wenn es ein bisschen lauter größer wäre, was so, da geht noch mehr. Also, wie bekloppt ist das? Also, was für ein Gottesbild ist das denn? Da merkt ihr, wie gaga das ist. Aber, Gebet in Gemeinschaft ist doch wichtig. Es ist deswegen wichtig, weil jedes Gebet, das mit wir beten, wir bitten, wir beten, ein Akt der Solidarität ist. Ein Gebet, das mit wir beten beginnt, ist immer ein Gebet weg von meinem eigenen Ich. Ein gemeinsames Gebet, das heißen würde, wir beten für mich. Das ist ein vollständig unlogischer Satz. Stellt euch vor, alle 15 von euch, der gemeinsam sagt, wir beten für mich. Also nicht, wir beten für Achsel, sondern wir beten für mich. Wortwörtlich. Dann merkt ihr, das funktioniert gar nicht. Wir könnten sagen, wir beten für jede und jeden von uns, die da sind. Das funktioniert. Aber da entsteht ein Gebet-Netzwerk, wo jede und jeder von euch für den je anderen betet. Da würden ganz viele Gebetsfäden, ganz viele Gebetsverbindungen entstehen. Und ein Netz bilden eine Gemeinschaft. Ein Gebet-Netzwerk, wo viele für viele beten. Also ein Gebet, das Gemeinschaft erschafft und diese Gemeinschaft ist. Und da ist dann immer, das ist die andere Seite, einer, der dieses Gebet auch hört. Nämlich Gott. Gott ist immer da und hört immer. Und da sind wir jetzt wieder bei meinem Beispiel mit dem Handy. Beim Gebet ist sofort und immer ein blauer Haken da. Der blaue Haken ist sogar schon da, bevor ihr die Nachricht tippt und wegschickt. Das ist Gott. Das ist Gebet. Gott hat euer Gebet schon gehört, bevor ihr es sagt. Und jetzt kommen wir mal zu meinem Problem mit dem Segnen. Jetzt kommen wir zu dieser Art des Redens, die wir Segnen nennen. Segen, das ist jetzt das Grundsätzliche. Segen heißt eigentlich nichts anderes als, jemand anderem ein Mehr an Lebensenergie zu sprechen. Stellt euch vor, ihr habt jeden Tag so ein Päckle-Lebensenergie. Das kriegt ihr jeden Morgen geliefert. Zack, 100% Lebensenergie. Und Segen heißt jetzt, und hier hast du jetzt nochmal ein Beckerle voll. Das heißt segnen. Das ist das, was Segen heißt. Und jetzt wird es spannend. Segnen im christlichen Sinn heißt eben nun nicht, dem anderen was von meiner Lebensenergie zu sprechen. Also zu sagen, ich gebe dir ein bisschen was von meiner Kraft ab. Ich schicke dir also ein bisschen was von meiner Lebensenergie. Ganz ehrlich, das wäre ziemlich wenig, was ich dafür schicken könnte im Moment. Also es langt gerade so. Also was morgens gerade kommt, ist abends verbraucht. Und meistens sind dann nur drei Stunden da übrig. Ist so. Geht uns vielen so. Sondern wenn wir segnen, sagen wir immer wieder, sagen wir immer, Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne euch. Es ist also Gottes Lebensenergie, die wir da zusprechen. Und das bedeutet auch, es ist Gottes kreative Lebensenergie, die wir da zusprechen. Denn Gott ist kreativ. Eine Lebensenergie, die ganz unterschiedliche Formen annehmen kann. Wenn wir sagen segnen, dann kann das ganz unterschiedliche Sachen sein. Hoffnung für Hoffnungslose, Freude für Traurige, Trost für Trauernde, Kraft für Schwache, Schutz für Gefährdete, ganz individuell. Alles Gott segne dich. Und da kommt es dann eben nicht darauf an, wie viel Hoffnung, Freude, Trost, Kraft und Schutz ich gerade zur Verfügung habe. Ich kann tief traurig in der Trauer sein und trotzdem sagen, Gott segne dich mit Trost. Da habe ich kein einziger Trost, den ich sagen kann. Vielleicht nicht einmal Trost, an den ich gerade glauben kann. Aber ich kann trotzdem segnen. Und dann kommt dieser Trost. Denn wenn wir segnen, verfügen wir über Gottes Kraft. Das ist das Spannende. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wenn wir abkündigen, dann erzählen wir, was wir wissen. Wenn wir predigen, dann erzählen wir, was wir glauben oder was wir verstanden haben. Wenn wir beten, dann erzählen wir, was in uns ist. Aber wenn wir segnen, liebe Gemeinde, dann sagen wir, Gottes Kraft auf dich. Das ist, als würden wir nicht unsere eigene Bankkarte, unsere eigene EC-Karte rausholen, um von unserem Konto Lebensenergie abzuheben, uns auf euer Konto zu überweisen. Sondern wir haben von Gott, jede und jeder von uns. Und als Gemeinschaft auch eine EC-Karte Gottes. Eine Bankkarte Gottes, wo wir direkt auf Gottes Segenskonto zugreifen können. Und Gott schickt dann in der Währung, die der jeweilig andere Grad braucht, Segen. Das ist Segen. Und selbst wenn wir schwach sind, selbst in unserem schwächsten Moment, können wir noch segnen. In der Bibel gibt es mehrere Situationen, wo ein Sterbender segnet. In den letzten Momenten seines Lebens noch Segen sagt. Du müsstest ja sagen, hallo, Lebensenergie, das ist dann gerade noch für die nächsten drei Minuten, hast du nicht arg viel zum Verteiler. Aber gerade diese Segen, die aus dieser Schwäche herauskommen, sind oft in der biblischen Geschichte die wertvollsten. Selbst wenn wir schwach sind, selbst in unseren schwächsten Momenten können wir noch segnen. Und das heißt wederum, wenn dann nachher vorne einer steht und so anscheinend mächtig Segen zuspricht, dann ist das eigentlich, nein, dann muss das eigentlich sein, der demütigste Moment im ganzen Gottesdienst. Wo ich eigentlich dastehen muss und sagen muss, ich habe jetzt gar nichts mehr. Ich habe euch abgekündigt, ich habe euch gepredigt, ich habe mit euch gebetet und jetzt ist Babbelah, ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Und jetzt gebe ich euch alles, was ihr braucht. Ich habe nichts, aber ich gebe euch alles, was ihr braucht, denn durch Gott kommt, was ich euch sage. Segen für euch. Lebensenergie für euch. Wie auch immer sich das in eurem Leben dann zeigen wird. Und weil es eben nicht mehr um Wissen geht, zum Abkündigen oder Predigtfähigkeit zum Predigen oder Glaubenskraft zum Beten, weil ich eigentlich ganz und gar unwichtig bin im Segen, kann jede und jeder von uns segnen. Ihr müsst keinen Segenskurs machen. Es gibt einen Gottesentscheidungskurs und einen Abendmahlskurs, aber es gibt keinen Segenskurs. Es gibt einen Heilungsgebetskurs, der sich aber hauptsächlich damit beschäftigt, wie ihr auf euch selber aufpasst, wenn ihr für andere betet. Aber segnen, da braucht er kein Diplom. Segner braucht er keine besondere Befähigung. Segen braucht er kein Amt. Es gibt keinen Segner in der Kirche. Es geht darum, dass jede und jeder von uns Segen sagen kann, segnen kann. Denn Segen ist nicht ein magischer Akt, den man lernen muss. Segen heißt eben nicht, tiefe, fromme, pastorale, gute, hingewandte, segnende Segensgedanken zu reden und schön formulierte Worte zu finden und daraus kraftgebende, unterstützende, ermutigende, hilfreiche Segenssätze zu bauen. Schöner Satz, gell? Vergiss den. Das ist reiner Kokolores. Das ist reine Angabe von mir, dass ich solche tolle Sätze sagen kann und sie sagen kann, ohne dass ich mich verarspiele. Ich habe ihn geübt übrigens. Nein, nein. Bauen zu Sätze segenshilfreiche Ermutung. Sege heißt, liebe Gemeinde, Segen heißt genau das Gegenteil. Segen heißt, sich ultimativ hilflos, machtlos vor die Menschen zu stellen, im wahrsten Sinne demütig, ohne ich und alles, was ich kann und was ich bin, ganz leer innerlich da zu sein und dann das Machtvollste und Stärkste zu tun, was wir tun dürfen. Gottes Segen sagen. Im Wissen, im Glauben, dass dieses Segen da ist. Ich habe das gerade gehört, was ich gesagt habe. Im Wissen und im Glauben, dass dieses Segen da ist. Nicht im Daraufhoffen, nicht davon ausgehen, sondern im Wissen, dass dieser Segen da ist. In Gottes Segen sollen wir sagen. Das wiederum bedeutet, dass es gar nicht um Wort geht oder etwa um liturgische Worte, also davon in Worte, die im Gottesdienst gesagt werden, sondern es geht und jetzt geht es um euch, um eine Lebenseinstellung, eine Lebenshaltung, eine innere Haltung, die wir als Christinnen und Christen haben sollen, dass wir Segnende sind, dass wir Segnende sein sollen, dass wir immer wieder in unserem Leben Segen sagen sollen. Ein Segen, der sich dann von Gott her im Leben eines anderen bewahrheitet, der sich manifestiert, Fleisch wird, inkarniert, Körper annimmt im Leben des Gesegneten. Und das womöglich auf eine Art und Weise, die gar nicht in meinem Kopf drin war. Das ist dann das Demütige. Segen ist nett, ich sage dir jetzt, wie es geht, sondern Segen sagt, hier ist Kraft Gottes, find raus, wie es geht. Das ist etwas ganz anderes. Und da passiert dann auch was in dem, in der, die wir segnen. Denn das ist Gottes Versprechen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jedes Mal, wenn einer sagt, ich segne dich, bin ich bei ihr, bei ihm, sagt Gott. Jetzt also nochmal zurück zu meinem Freund am Anfang, gucken wir mal. Es ist immer noch kein blaues Häkchen da. Und mein Ich, der Bastler schöner Sätze, ist echt beleidigt. Wenn ich mir solche Mühe gebe, ist mein Segen angekommen. Absolut. 100 Prozent. Ich bin 100 Prozent davon überzeugt, dass der Segen da ist, da war. Ganz egal, ob WhatsApp jetzt meint, da ein blauer Haar genau zu setzen oder nicht. Denn Gott hat ihn geschickt. Gott hat dafür gesorgt, dass er ankommt. Gott macht, was da passiert. Macht Gott, was ich will. Eher nicht. Also, ich gehe davon aus, nicht. Weil Gott hat den Segen geschickt, den der Freund braucht. Auch wenn ich vielleicht nie herausfinde, was. Und ganz ehrlich, das ist auch gut so, weil wollt ihr wirklich, dass ich über das Leben meines Freundes Macht habe. Keine gute Idee. Bin ich viel zu ungeduldig dafür. Und zu boshaft. Gott soll diese Macht haben. Und diese Macht heißt Liebe. Meiner, du hast es kurz einmal gespielt. Ich bete an die Macht der Liebe. Das ist, was Segen heißt. Das ist, was Segen heißt. Ich habe dann auf WhatsApp bloß ein paar nette Worte drum gebaut. Leben, liebe Gemeinde heißt also, segnen heißt also, liebe Gemeinde, lebt diesen Segen. Lebt diesen Segen als Segnende. Es geht nicht darum, Segenswort zu finden, sondern es geht darum, Segensleben zu leben. Eine Einstellung zu haben, dem anderen Gottes Kraft zuzusprechen. Und dann passiert das, was im Gebetsnetzwerk auch passiert. Segen. Segen, der da ist, der euch verbindet, der euch mit Gott verbindet, der euch von unten her schützt und kräftigt, der euch erfüllt mit Kraft. Darum, liebe Gemeinde, lebt als gesegnete Gottes. Ihr seid gesegnet und ihr soll dein Segen sein. Lebt als segensagende Gottes für diese Welt. Lebt im Segen Gottes. Amen. Irgendwie bringt mich heute dieser Grand Canyon und dieses Wasser, was da durchfließt, zu dem braunen Krug, der da vorne steht auf dem Tisch. Und zu dem Bankkonto, was irgendwo existiert und auf dem draufsteht, das sei das Bankkonto der MCC-Gemeinde Stuttgart. Das, was ihr da einlegt, wenn ihr das wollt und tut, auf dieses Konto oder in den braunen Krug, dieses Geld verwandelt sich ja auf der Stelle in Wasser. Wasser des Lebens, was zum Steine erweichen ist. Dafür sind wir da. Lieber Gott, leg du dein Segen auf diese Gaben von Geld, das zu Wasser wird. Das fließt, das strömt, das verwandelt, das heilt. Und wir danken dir für all das Gute, was uns widerfahren ist, vielleicht in dieser Woche. Die Freude, die Sonne, die Wärme, ein gutes Wort, eine Arbeit, die wir vollendet haben. Wir danken für das Gute und für das, was wir vielleicht geschenkt bekommen haben, ohne dass wir es überhaupt bestellt haben. Vielleicht gewünscht insgeheim. Und ich darf an der Stelle einfach den Dank auch übermitteln von unserem Rainer, der uns durch diesen Gottesdienst hindurch zittert heute. Der sagt, danke für all die Gebete, die es gab diese Woche für mich. Und ich glaube, es ist noch nicht so viele Tage her, da waren wir jetzt nicht so sicher, dass du heute Abend hier bei uns sein könntest, diese Woche. Und so ist der Dank da, für all das, wo Menschen füreinander beten, einander Segen spenden und füreinander da sind. Und lieber Gott, ich bitte dich und wir bitten dich, segne du all das, was uns belastet, was uns krank macht, was uns unwohl fühlen lässt oder wo Dinge erstarrt sind zu Stein. Komm du mit deinem segnenden Wasser und mach weich und heil und rund, was weich und heil und rund werden soll. Amen. Und so wollen wir uns jetzt einladen lassen, diesen Segen Gottes, diese Gegenwart Gottes ganz haptisch, ganz berührbar zu erleben in dem, was wir das Abendmahl nennen, indem wir Brot zu uns nehmen und die Frucht des Weinstockes. In den MCC-Gemeinden auf der ganzen Welt feiern wir dieses Abendmahl als eine offene Einladung. Damit meinen wir, dass wir wissen, es ist Gottes Einladung, die wir aussprechen, nicht die Einladung der Kirche, der Gemeinde oder sonst irgendjemandes. Es ist Gottes Einladung und jede und jeder von euch ist gemeint, ist eingeladen und eine Einladung. Kommt, so wie ihr seid, mit all dem, was ihr mitbringt, mit eurer Stärke oder eurer Schwäche, mit euren Fragen und mit euren Antworten, mit all dem, was ihr seid. Hier fragen wir nicht, ich kann es nicht oft genug sagen, nach irgendeinem QR-Code auf irgendeinem Handy, sondern wir glauben, dass ihr den QR-Code in euch drin habt und der heißt, ihr seid geliebt, kommt her. Ich will euch bitten, nachher wieder einen großen Kreis zu bilden, ihr bekommt ein kleines Stückchen glutenfreies Brot, eine Roste und eine Traube als Zeichen für den Wein in einem kleinen Gefäß. Wir machen es so Corona distanziert, wie es halt irgendetwas geht, dass wir aufeinander aufpassen. Feiern aber wollen wir gemeinsam. Und so wollen wir jetzt gemeinsam einen Moment der Stille erleben, wo wir in uns selber hineinschauen und uns überlegen, wer ist denn das, der da kommt? Wer bin ich denn? Was bringe ich mit? Das hätte ich gerne. Das brauche ich heute. Lass uns still werden. Und so erinnern wir uns einander und der ganzen Welt. In der Nacht, in der Jesus verlassen wurde, in der sie in der Macht der Welt ausgeliefert hatten, da rief er sie zusammen, um Fest zu feiern und nahm Brot vom Tisch, dankte Gott, brach es und gab es ihnen und sprach, nehmt und esst alle davon. Und das ist mein Leib, das bin ich selber, dass ich bei euch sein kann, der ganzen Welt, durch alle Zeiten, an allen Orten. Das Gleichen nahm Brot vom Tisch, damals gefüllt mit Wein, mit der Frucht des Weinstockes. Und dankte wiederum, gab es ihnen und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das für euch, für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Nehmt davon. Lass mich in euch sein. An vielen Orten, in allen Zeiten, für jede und jeden von euch. Und tut zu meinem Gedächtnis. So bitten wir dich, guter Gott, sei du jetzt hier, in unserer Mitte, wie du es versprochen hast, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Sei du hier, mit kreativem Segen, jenseits aller Worte, größer als sogar unser Glaube, unser Hoffen, unser Wünschen. Sei du hier, berühre jede und jeden von uns, so wie wir berührt werden müssen. Lass uns Gemeinschaft erfahren, untereinander und mit dir. Amen. So kommt, es ist alles bereit. Wir machen einen relativ großen Halbkreis und ihr bekommt Brot und die Frucht des Weinstocks. So sei dir dank, guter Gott, für deine Fülle. Amen. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Amen.